Howdy folks and welcome back to Coral Island. Sommertag 20, Jahr 1. Blackie sieht heute glücklich aus. So viel haben wir da nicht gebraucht. 1 Mutti, habe ich da schon gestanden. I don't know. Pöster. Weiss ich schon wie Spiegel einmachen. Spiegel. Ja. Pöster. Äh 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 äh. Äh 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 äh. Äh 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 äh. Fehlt mir eins. Eiss. Ich schaue die Eichel. Blackie sieht heute glücklich aus. Hab ich gemacht. Hab ich schon gemacht. Ich möchte Frank sein Lieblingsessen machen. Spiegelei. Würdest du mir Eier verkaufen? Ich bin in der Nähe. Eierkait. Eierkait. Sie pé au Vielen Dank. Hallo, guten Morgen, meine Damen. Vielen Dank. Natürlich. Ich habe noch keine grosse silberne Milch. Ich muss wieder mal schauen, ob wir neue Tiere kaufen können. Ich habe noch eine große Rolle. Okay, hier mal zum Seid Tempel. Hm, 4,50, 4,50, Früchte habe ich schon, ich habe die Früchte schon mit Kaspit-Bäbeln. Äh, selbst noch, äh, verschicke ich aber raus. Anni. Äh, 6. Also, Reissenmilch, wie gross und silberiges. Tomaten-Suppe und Honi dazu. Für Archie ist der Stand zu weitläufig zu spielen. Da mache ich mir Sorgen vor allem bei dem ganzen Wasser. Der Junge gerät sowieso schon in Schwierigkeiten. Ich mag nicht daran denken, was im Wasser passieren könnte. Ich kaufe nie wieder beim weißen Flamingo ein. Ich habe mir eine neue Badehose besorgt und... Und? Ich habe sie nicht ein einziges Mal angehabt. Einmal gewaschen und schon eingegangen. Verdammt! Ich finde das hängt in einer anderen Sprache. Sieht lecker aus, danke. Ich habe heute zwei Stunden für meine Frisur gebraucht und der Wind hat alles mit der Ruini. mir. Ich habe es im Hühner. Nein. Hätte heute nicht mit einem Geschenk gerechnet. Was für eine schöne Überraschung. Erika, ich habe mich immer gewundert, warum Breda Stückelein deiner grossen Eltern nie gekauft hat. Sie ist anscheinend immer beim Aussichtspunkt, also mag sie den Ausblick von dort oben wirklich gern. Ei hergeben, um Quest abzuschliessen. Ja, danke. Quest aktualisieren. Erika. 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 Ich könnte noch ein Sprinkler machen, aber ich warte, glaube ich, bis... Ich könnte noch ein Sprinkler machen, aber ich könnte noch ein Sprinkler machen. Ich könnte noch ein Sprinkler machen, aber ich würde noch ein Sprinkler machen. Es ist Tomer. Ah, ich kann die Sonne auf meiner Haut spüren. Das Leben ist schön, was? Connors Muti geben. Ja, ich schulde dir das. Danke. Ja. Äh, es ist geschloss. Vielleicht noch nicht da. Ich kann die Haut sein. Ich habe es. Zuck. Kein Reis. San. Wie stehst du zu Spiegeleisen? Wie kann ich dir helfen? Eva. Sam sorgt jetzt dafür, dass wir nur die besten Zutaten verwenden. Er ist der Meinung, die Leute würden die Qualität schmecken und ich bin völlig einer Meinung. Eva. Woher weisst du das? Eva spricht gern mit den Isidoren. Zurück. 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 Er K Sig planned. Das kann man jetzt holen. Vogelnässen sind immer schön zu entdecken. Deshalb habe ich den Fortschritt der Eier in einem Nestfotografie-Piste geschrieben. Da ist sie. Ah ja, sieh dir das an. Ich danke dir. Ich dachte, ich könnte mein Buch in Ruhe lesen. Äh... Papa tut immer so, als wäre frische Luft das Wichtigste überhaupt. Er meint, sie wären gut für Kinder wie mich. Ja. Das hat was. Äh, das ist ein Werkzeug, jawohl. Es ist gut, nicht die Musik. Ja. 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 Juri ist beschäftigt. Jim ist beschäftigt. Ich kann nicht lecken. Hey Valentina. Im Sommer gibt es anstatt übrigens wesentlich mehr Muscheln. Ja, ich muss mir die geben. Vielen Dank. Gibt's das zu mir? Ja, ich bin auf der E-Motion. 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 Hallo. Oh. Mein Großvater hat mir erzählt, dass ein Freund Jaja handelt. Gischen. Ja. Wau, Rukla. Danke. Das ist meine Schwester gesagt. Nein. BAMS! BAMS! Also... Scheiße, wäre eigentlich gut, wenn er die Musikrätsel mir anzeigen würde, aber das macht er mich. Jetzt müsste ich da rauhen. Das ist schwer. Perfüste. Es ist schwer. 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 Ich weiß. Ja. Ja. Nein. Noch ein Huse. Das sind drei Säge. Schaut in die Klaas. Oh, shit. Das zeigt mir nichts an. Das zeigt mir nichts an. Das zeigt mir die Klaas. Das zeigt mir die Klaas. Das zeigt mir die Klaas. Wir haben sowieso geschlossen. 21. Wiedergeburt. Das zeigt mir die Klaas. Das zeigt mir die Klaas. Das zeigt mir die Klaas. Das zeigt mir die Klaas.